Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meinen Welten Ida. Der ist zwar noch nicht bei uns zu Hause, aber kommt bald. Und ich zeige euch heute mal die ersten paar Videos, die wir von der Züchterin schon bekommen haben. Den Kanal übrigens, den habe ich erstellt für meine Ida, Incredible Ida. Oh, das ist ein Regenbogen, geil. Und ja, ich werde da alles Mögliche über Ida und so reinstellen. Oh, das ist ein Regenbogen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich ein Obo da lassen und ein Like da lassen.